Hallo meine lieben Freunde! Yo! Willkommen zurück zu Bette 4-3. Mal gucken, was ich jetzt hier machen darf. Ich habe einen getroffen! Weil ich so gut bin. Juhu! War der gleiche oder? Klar war das der gleiche. Okay, suchen wir doch mal ein bisschen Gegner. Hallo Gegner. Okay, der ist bestimmt noch in der Ecke und wartet auf mich. Nein, das hätte ich nicht gedacht. Oh, sehr nice! Verdient hat er es. Verdient hat er es. Auf jeden Fall. Okay! Suchen wir uns einfach mal noch ein paar Gegner. Jetzt hat er mich leider mal... Okay. Muss ich zugeben. War gut. Ah ne, das ist... Boah. Manchmal hast du echt Schiss, dass du irgendwelche Gegner vortest. Den habe ich ihm aber echt schön weggenommen. Habe ich den gekriegt? Nein, habe ich nicht. Also... Er hat nicht mehr viel. Sah zumindest nicht so aus. Sagen wir es mal so. Und bevor ich den aufheben habe, dann geht die. Egal. Und jetzt geht er. Snipern wir doch um die Welt, um die Welt. Naja, ist egal. Ob soll, ich habe jemanden getötet, egal ob es gut aussieht. Ich will dich jetzt wieder. Ach, auch Sniper. Süß. Alle auf und rein mit ihr. Ja, ich hab's geschafft. Alle beide? Nee. Ich glaube tatsächlich, ich habe nur einen gekriegt davon. Oh, hab ich? Nein, das war immer anders. Fuck! Okay, das ist 100. Woho, dankeschön, mein Lieben. Mist. So ein Kack. Oh, die Feinde alle um von mir? Ich hab ein bisschen Angst. Ach, da war er. Okay. Da hab ich schon leider zu spät gesehen. Ah, ficken. Oh, hab ich das laut gesagt? So, fährt er einfach von mir um? Geht's nach, oder was? Nee, nachladen. Hier rein. Um die Ecke. Jumpen. Echtes Scheiß-Messer. Level 1 hat er 50 Prozent. Ich hab voll mit dem Messer gefickt. Da vorne, da, äh, rechte Seite und ganz rechts zu mir, glaube ich. Das ist nicht so gut. Das war mal so gut. Na gut, ich bin selber. Ich bin selber. Also, ich bin kein selber, deswegen. Kann ich auch nicht selber. Wie es lebt man noch? Peinlich, 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 peinlich. Hä? Das hab ich nicht gesehen. QB-U-88. Kennt ihr jemand? Nö. Das geilste Lock-Game. Ach, da ist er drin. Ach so. Na klar. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Ah, hat sich echt lang gehalten. Hab ich immer zweimal geholt von da. Oh. Man muss nur aufpassen. Generell ist das gar nicht mehr so dumm. Sagen wir nicht, wird sich jemand vor einem steht? Oh ja. Süß. Was für eine Posi. Posi finde ich gerne auch sehr gut. Null. Hä? Was ist denn der gerade hingestraft? Das kann man ja gar nicht machen, oder? Oh krass. Das streckt mich nicht so. Bitte erschrecken sie mich nicht so. Hä? Okay, wo geht's lang? Wir müssen jetzt mal kurz gucken. Okay, wir laufen einfach mal hier lang. Und dann fährst du, dass niemand ist. Das ist einfach nur uns. Okay. Okay. Wir müssen jetzt keine Kugel von Goiden. Schießt er auf die wichtigen Ziele. Krass, hab ich gar nicht gesehen. Krass, ich bin so hochgelaufen. Hä? Und dann dreht er sich um. Aber er guckt mich auch was an. Was soll man so voll irritieren, wenn der Gegner sich auch so blöd anguckt. Weil er wahrscheinlich genauso verwirrt ist wie du selbst. Und irgendeiner von euch beiden schaltet dann halt ein bisschen eher als der Gegner. Oder als der andere in dem Fall. Was? Weißt du was das ist? Das ist dieses Scheiß. Wie nennt man das hier? Ah lol. Hey, alter! Boah, der liegt grad vor mir. Ich war oft... Ach, ich bin immer... Ja, ich sag einfach. Ich warst einfach verrückt. Ich warst einfach verrückt. S498. Guck! Martin. Komisches Sound-File grad. bin da verwirrt diese taktik geht da gerade absolut nicht auf war der ein schwein hatte das hätte ich gar nicht verdient dass ich den Arsch gerettet habe Kirchenkasten Kirchenchips Hilfe bei Kettel ne Subversion Kill nur okay Subversion Kill ist das oder so Oh von hinten Dankeschön Okay komm Ich hätte ihn gehabt Die habe ich natürlich auch gehabt Klar Oh man Schreckt mich ja nicht alle so Geht doch auf die Dauer nicht gut Hier ist einer drin Na klar Der ist schon wieder 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 Ich habe vor allem drauf geschossen Manchmal verstehe ich das nicht Manchmal Aber nur manchmal Verstehe ich das irgendwie nicht Ich war es leider nicht Ich habe es gerade mitgekriegt Was Hier geht mir das Kommt zu mir Okay Das war ein wenig von uns Ist auch einer von uns Der hinten ist gar einer runtergesprungen Der war uns Er hat nichts von uns Deswegen glaube ich Jetzt hier mal runter Oh krass Hat man den gesehen Nee Können einfach runterjumpen Naja Dann würde er mich mit Sicherheit kriegen Na komm doch Mein kleiner Hier oben ist einer Das weiß ich Hä Okay Mal schnell nachladen Dann geht die Jagd los Und na klar Lock Gamer Gamer lock Wow Spawnert gleich Und Ah Er ist gerade abgestürzt Sehr nice Das war ja cool Das habe ich noch nie erlebt Dass jemand abgestürzt ist So im Eifer des Gefechts Ist doch schon mies Hä Was war das denn gerade? Ich dachte echt Der hat es gerade voll am lecken Oder so Oder ich bin am lecken Keine Ahnung Okay Beide mit der Armbrust Ein Armbrustkill Ja Sieht so aus Woa Ich habe ihn Ach doch nicht noch einen Scheiße Zwei Geil Okay Okay Hinten lang Na klar Zehntem Zeruf hat mir Durch Shootout Is number second Or number one I don't know Okay Er ist umgefallen Nein Messern Ich muss unbedingt Niemand messern Lass ihn Mich messern Fuck Das war echt knapp Scheiße Oh Mist Kacke Manchmal muss man eigentlich einfach nur Glück haben Ich habe ihn Oh ich bin da umgefallen Schön Ach du Scheiße Alter Das war Oh Was für eine schlechte Runde Oh Was für eine schlechte Runde Ein Sniper Noob in einer Sniper Runde So ungefähr Oh sorry Sorry Die Anforderungen sind Du kannst gut snipern Denn du brauchst Bisschen Alper Skill Um all mit diesen Mit diesen ganzen Cyber Waffen Zu töten Und ich Habe absolut keinen Cyber Kill Das ist doch mal schön 31 17 Na gut Das geht ja noch Oh ich hab echt gedacht Ich bin schlechter dran Wuh An dem Glück bin ich so gut Hau An dem Glück wie schau Bic Bic Bic